Moin Moin und willkommen zurück zum Körbel Modding Mittwoch, diesmal mit Near Future Electrical. Near Future Electrical, wie ihr euch vom Namen her schon denken könnt sicherlich, gehört zur Reihe der Mods von Near Future, wo ich euch letzte Woche die Near Future Propulsion, also die Antriebssache vorgestellt habe. Die habe ich auch immer noch installiert und wenn ihr euch recht erinnert, war es ja letzte Woche so, dass wenn wir diese futuristischen sonst was irgendwie Antriebe benutzt haben, haben die alle einen unheimlich hohen Stromverbrauch. Und jetzt ratet mal, worum es in Near Future Electrical geht. Genau, um Strom. Und zwar gibt es da einige Sachen, die man zusätzlich bekommt. Ich zeige euch die mal kurz und dann gehen wir nach oben ins Weltall am praktischen Beispiel. Und zwar bekommt ihr erstmal ganz klassisch noch andere Formen von Battery Tanks, also das geht von so einem großen flachen über einen etwas dickeren im 2,5 Meter Format, über so einen kleinen Runden, den man auch seitlich hier irgendwie ranpappen kann. Also das geht auch irgendwie so. Hier geht das jetzt nicht, aber am großen Pott ging es. Und dann gibt es noch den hier im praktischen 1,5 Meter Format. Und natürlich, last but not least, hier noch eine seitliche Attachbar-Batterien. Also viele, viele Batterien. Sieht alles sehr Stock-like aus. Und ihr habt hier so Charge-Amounts zwischen 10.000, 12.000, 2.800, 6.400 und 800 Electric Charge. Also hier könnt ihr jede Menge Strom noch reinpacken, um eben diese Antriebe auch mal zu füttern, wenn ihr sie gerade eben nicht ordentlich mit Strom versorgt bekommt. Dann gibt es Capacitors. Capacitors auf Deutsch übersetzt sind im Prinzip Kondensatoren. Der Trick dahinter ist, ihr habt hier eine Charge-Rate. Die liegt hier zum Beispiel bei 8 Einheiten Strom pro Sekunde. Und ihr habt eine Maximum-Discharge-Rate von 80 Einheiten pro Sekunde. Das heißt, ihr könnt so einen Capacitor hier irgendwie, oder einen Kondensator halt anbringen. Sieht auch ganz witzig aus. Und dann Strom reinladen. Das passiert relativ langsam. Eben mit der... Ja, hier über den... Ja. Jetzt streikt er ein bisschen. So. Eben mit der Charge-Rate. Also die ist immer niedriger. Und ihr könnt dann an einem Moment entscheiden, ihr möchtet den Kondensator gerne entladen. Und zum Beispiel, um irgendwie, wenn ihr negativ im Strom seid, dafür zu sorgen, dass ihr länger durchhaltet mit dem Strom, den ihr im Kondensator aufgeladen habt. Jeder, der einen Kondensator in echt kennt, dem ist das Prinzip klar. Für alle anderen, ich zeige es euch nachher einmal oben im Einsatz, dann wird es, glaube ich, klarer, was ich damit sagen möchte. So. Die gibt es auch in verschiedenen Größenkategorien mit verschiedenen Discharge-Rates. Also hier sind es dann 300, hier sind es 160, hier sind es dann schon 800 und last but not least sind es hier 3200 Electric Charge pro Sekunde. Das Ganze könnt ihr über die Effizienz dann immer noch anpassen. Also zum Beispiel würden 10% Effizienz bei dem hier bedeuten, dass er mit 320 pro Sekunde entlädt und dafür mehr entladen kann. Weil er hat halt immer eine gewisse Anzahl Aufladungen, die er machen kann. So. Soviel zum Thema Kondensatoren. Dann gibt es noch was, da wird sich der eine oder andere von euch wieder freuen, die auch Nuclear Propulsion mochten. Fusionsreaktoren oder Reaktoren im Allgemeinen. Also, das sind Reaktoren, die aus Enriched Oranium Electric Charge machen und damit eine Menge Hitze produzieren. Also, die Dinger haben einen sehr, sehr, sehr hohen Hitze-Output. Und das könnt ihr hier mal sehen, 200 Kilowatt macht der zum Beispiel Max Cooling, kann er akzeptieren. Und der braucht halt 200 Kilowatt, damit er auf 100% arbeiten kann. Und das Ganze gibt es aber auch noch in ziemlich groß. Und zwar in diesen Größen, um sie euch mal zu zeigen. Und die erzeugen natürlich dementsprechend auch ein bisschen mehr Strom. Also, das sind so die Varianten, die man so haben kann. Und für diese Varianten, die man da so haben kann, gibt es dann dementsprechend auch noch deutlich mehr Kühlleistung, die nötig sind. Also, zum Beispiel der Excalibur hier muss mit 6000 Kilowatt Kühlleistung versehen werden, damit er auf 100% arbeiten kann. Sonst haben wir ein Problem. Wo ihr die Kühlleistung herbekommt, das ist quasi über die Radiator-Panels. Also, wenn ihr hier mal guckt, die haben dann bei den Radiator-Specs ein Core-Heat-Transfer von 250 Kilowatt zum Beispiel der hier. Das heißt, der kann ein Core-Heat, also der kann für 250 Kilowatt Hitze aus dem Kern eines Moduls nach außen transportieren. Und seine insgesamt maximale Kühlleistung beträgt 19.494 Kilowatt. Wobei sich das aber eben auf die Außenhülle auch bezieht. Und interessant ist für uns halt hier der Core-Heat-Transfer. So. Witzig, der Verbrauch natürlich auch noch Strom, wenn der ausgefahren ist. So, also, verschiedene Größen von Nukular-Reaktoren, mit denen wir Strom erzeugen können. Und zwar viel Strom. Also, wenn ihr hier mal guckt, zum Beispiel der Excalibur, der macht uns mal eben geschmeidig 3000 Electric Charge pro Sekunde. Das ist auf jeden Fall ordentlich, wenn er auf 100% läuft. Aber der muss dann halt auch runtergekühlt werden. Von daher gar nicht so einfach. Es gibt hier noch ein RTG... Ne, das ist der normale RTG, glaube ich. Das ist der normale RTG. Das ist der etwas größere RTG. Wird der zum Mod? Ich bin gerade unsicher. Ist der so reingepatcht worden? Weil Ionix, Symphonic, Protonic, Electronics... Was weiß ich? Ich glaube, der gehört auch noch mit zum Mod. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Was auf jeden Fall zum Mod gehört, ist der World Jig Nuclear Reprocessor. Mit dem kann man im Prinzip die Abfallprodukte, die so ein Reaktor... Meie Güte. Die Abfallprodukte, die so ein Reaktor produziert, wieder zurückkonvertieren. Und zwar kann man entweder OAR in Enriched Oranium verwenden... Oder man kann Depleted Fuel, also das, was quasi übrig bleibt, wenn so ein Reaktor sein Fuel verbraucht hat... Umwandeln, um daraus wieder Enriched Oranium zu machen. Also quasi ungefähr die Hälfte. Also aus 0.1 Depleted Fuel erhält man 005 Enriched Oranium. Oder man kann alternativ sagen, okay, ich wandle das in Xenon-Gas um... Dann kann man sich noch was für einen Antrieb bauen. Also für euren Ionen-Antrieb zum Beispiel. So, jetzt kommt aber noch was mit dazu. Nämlich, es gibt auch noch Tanks, mit denen wir Sachen transportieren können. Und zwar die Nuclear Fuel Drums nennen die sich. Das sind spezielle Tanks, in denen ihr Enriched Oranium und Depleted Fuel transportieren könnt. Weil ihr wollt ja, wenn ihr ein großes Raumschiff habt, Treibstoff mitnehmen. Ihr wollt aber auch das Depleted Fuel aufheben, weil man könnte es ja reprocessen, wenn ihr ein entsprechendes Gerät mitnehmt. Deshalb, beide Storage-Arten gibt es, wie gesagt, auch nochmal in verschiedenen Größen. Es gibt ihn in groß und sehr flach. Ich räume ihn mal ganz kurz ein bisschen auf, damit man das sehen kann. Es gibt ihn in so Menschengröße quasi. Also so, wie normale Körbe jetzt halt damit umgehen können. Und es gibt noch so das kleine Nuklearfässchen, falls ihr es mal irgendwo in einem Salzbergwerk um die Ecke verklappen müsst. Dafür ist das dann ganz gut. So, jetzt habe ich euch viel Theorie erzählt, wie das alles funktioniert und zumindest mal die Teile gezeigt. Das müsste es eigentlich, wenn ich nichts übersehen habe, für Near Future Electrical auch gewesen sein, meiner Meinung nach. Wenn ich doch was übersehen habe, eurer Meinung nach, dann weist mich da gerne nochmal drauf hin. Aber eigentlich habe ich aus dem Mod alles mit dabei. Und jetzt gehen wir mal rauf ins Weltall und ich zeige euch, wie das an der Rakete alles aussieht. Vor allen Dingen auch mit den Kondensatoren, mit der Core-Temperatur und so weiter und so fort. Bis gleich im Orbit. Und herzlich willkommen im Orbit mit unserer kleinen Nukular betriebenen Rakete. Nein, die ist natürlich nicht komplett Nukular betrieben, nur der Strom. Also, was ich hier alles mal verbaut habe. Der oben, den Part kennt ihr. Ich habe danach so einen Car Extra Capacitator Bank eingebaut, mit dem wir quasi den Kondensator entladen können. Wir haben den großen, dicken, fetten an Batterietank, der ist auch aus dem Mod. Dann haben wir einmal die Nuclear Fuel Drum. Da ist jetzt nicht so viel drin, weil das Nuclear Fuel sich eben ziemlich langsam verbraucht. Das heißt, auch das Reprocessing werde ich euch nicht zeigen können. Ich zeige euch nur die Knöppe. Dann haben wir eben besagten Reprocessor, weil, naja, ich habe ihn mal mit verbaut, damit ihr auch sehen könnt, wie groß das Teil ist. Und wir haben dann hier noch den Reaktor an sich, der gerade noch am runterfahren ist, weil ich hatte ihn schon mal Probehalber angeworfen. Und dann haben wir hier unten noch unseren Antrieb. Also, das ist nicht mehr ganz so wichtig, nur damit ihr wisst, was es ist und euch nicht später fragt, ob ich etwas verschwiegen habe. Dahinter ist ein Zenon Tank und hier ist halt der größte, fetteste und verbrauchsstärkste Antrieb, was Strom angeht, den ich finden konnte. Der frisst so knappe 2000 Einheiten Strom pro Sekunde, wenn ich den voll aufdrehe. Und damit kann man schon mal ordentlich was anfangen. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, zum Beispiel so, oh, andermit, seht ihr, okay, alles klar, 1500 Einheiten Strom weg. Die 400, die erzeugt werden, ist gerade noch der Nachlauf des Reaktors. So, was ist jetzt mit dem Reaktor passiert? Wenn ich den jetzt anschalte und ich habe das mal mit Absicht so gebaut, dass ich nicht genug Kühlleistung mit habe, ich fahre die Dinger mal aus, fährt er sich hoch. Das dauert eine Weile. Und er hat eine ideale Kerntemperatur von 900. Habe ich genug Kühlleistung mit dabei, wird er die nicht übersteigen. Habe ich aber offensichtlich nicht. Das heißt, was jetzt hier passiert, wir nähern uns jetzt der Kernschmelze, die dann irgendwann die Core Health beschädigt und dann ist das Ding halt kaputt. Ich kann jetzt den Reaktor aber von der Leistung her ein Stück runterfahren, um ihn an meine Kühlleistung anzupassen. Jetzt seht ihr, die Temperatur sinkt wieder. Dafür liefert uns der Reaktor halt nicht, so wie wir es eigentlich erwartet hätten, eben die 3000 elektrischen Einheiten pro Sekunde, die wir kriegen könnten. Das war in der Beschreibung drin. Sondern wir kriegen nur 1500. Wir haben halt nur 50 Prozent der Leistung. So, jetzt wissen wir aber, der Kram da hinten erzeugt, ja, gelinde gesagt etwas mehr. Das heißt, gehe ich jetzt auf Vollschub, ja, der Reaktor ist jetzt hochgefahren. Der läuft jetzt auf 100 Prozent der Leistung, die wir haben wollen, nämlich 50 Prozent. Und wir kühlen das über unsere Paneele sauber runter. Dann bin ich 481 Strom in den Miesen. Das heißt, ich kann jetzt wieder eine Zeit lang mit meinem Strom hier fahren, aber dann muss ich wieder den Antrieb ausmachen. Das will ja keiner. Jetzt kommt der große Clou. Der Kondensator. Braucht eine ganze Weile, bis er sich auflädt. Aber er hat jetzt 32.000 Einheiten Strom geladen, die ich entladen kann. Und jetzt haben wir gesagt, wenn wir voll aufdrehen, haben wir ein Minus von 481. Also sage ich jetzt mal großzügig, wie ich bin, 482. Und jetzt können wir einfach sagen, wir ziehen unsere Discharge Rate so weit runter, dass wir in dem Bereich kommen, wo wir die Entladung brauchen. Oh, weniger als 50 geht gar nicht. Schade, schade, schade. Na gut, aber wir können das auf jeden Fall schon mal runterdrehen, weil wir brauchen nicht die Vollentladung. Und was ich jetzt machen kann, ist quasi über den Kapazitor dafür sorgen, dass wir länger durchhalten. Weil, was ich jetzt machen kann, ich kann einen Teil dessen, was ich an Energie verbrauche, mir aus dem Kondensator besorgen. Ich zeige es euch mal. Also, ich lasse jetzt hier erstmal meinen Strom ausbluten, weil ich möchte den Strom ja auch irgendwo speichern, den ich jetzt überschüssig generiere. Weil ich werde, wenn ich ihn jetzt entlade, 1600 Einheiten produzieren. Nur 400 verbrauchen wir, es bleiben 1200 übrig pro Sekunde. Die möchte ich irgendwo reinladen können, so vollumfängen wie möglich. Und das ist hier in die Batterie. Also, kleinerer Kapazitor wäre in dem Falle wahrscheinlich sogar witziger gewesen. So, kurz bevor mir jetzt der Strom ausgeht, damit ich da noch die Möglichkeit habe, irgendwie gegen zu ergehen, entlade ich jetzt den Kondensator. Und seht ihr, auf wundersame Art und Weise befüllen sich jetzt meine Batterien wieder auf, während sich mein Kondensator entlädt. Das funktioniert halt so lange, bis der Kondensator leer ist. Also, ich kann das auch nicht wieder abschalten. Der entlädt sich jetzt komplett in die Batterien und in den Stromkreislauf. Das heißt, wir können jetzt deutlich länger unser Trieb weglaufen lassen. Und hätte ich mir eine gute Größe für den Kondensator ausgesucht, dann hätten wir das Ding wahrscheinlich sogar durchlaufen lassen können. So, habe ich aber nicht, deshalb müssen wir jetzt damit leben. Und jetzt geht uns langsam wieder der Strom aus. Wir können aber damit jetzt enorm die Zeit strecken, in der wir einen Energieburst machen können. Also, wir können für einen kurzen Moment sehr, sehr viel Energie erzeugen oder aus dem Kapazitor oder Kondensator rauslaufen lassen. Während er jetzt erstmal, wie ihr hier seht, sehr, sehr, sehr lange braucht, um sich wieder aufzuladen. So, und mit diesen kleinen Hausmittelchen ist es jetzt dann doch schon um einiges einfacher, mit den großen Triebwerken auch mal irgendwo hin zu dümpeln. Und da ein bisschen mehr Stress zu machen. Weil mit den Standard-Stromerzeugungsmöglichkeiten habt ihr einfach das große Problem, dass ihr euch mit Solarpanels totschmeißen müsst. Und Thema Solarpanels, auch da, vielleicht wieder ein versteckter Spoiler, auch da gibt es noch was von Near Future. Aber darüber werden wir dann beim nächsten Mal reden. Und ich zeige euch, wie man alternativ zu eben solchen Konstruktionen hier, wie zum Beispiel dem Reaktor oder eben dem Kondensator, mit anderen Solarpanels auch noch mehr Strom erzeugen kann. Das kommt aber dann in der nächsten Woche. Ich kann nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Mein Name ist Robert und tschüss. Ich weiß bunge